Neue Szenen! Und bitte! Verliebtes Paar? Bereit? Wir machen gleich eine glückliche Familienszene. Wir besuchen die Hauptfiguren-Schule. Ungewöhnlich für eine Nebenfigur. Ihr seid Hauptfiguren! Was guckst du denn so blöd? Sie sitzen falsch. Das ist für Outtakes nicht wert. Die Outtakes sind böse! Mein Vater wurde umgebracht. Die Outtakes haben ihn ermordet. Er wurde verhaftet. Mein Vater war eine Hauptfigur und kein bescheuertes Outtake! Du hast keine Ahnung, wie es ist, wie wir zu sein. Ohne Musik, mit beschissenem Sounddesign. So, dann fühlen sie doch nochmal. Ich bin einfach keine richtige Hauptfigur. Meine Gefühle, die sind ja nicht groß genug. Was ist eigentlich mit dem Bus? Achso, der kommt nicht. Das ist nur Kulisse. Nennenswerte Wendepunkte oder Cliffhanger in den letzten Wochen. Ich hab sie nicht verstanden! An deinem Kopf ist wahrscheinlich nur Stumpffilm. Emotionen, Emotionen, Emotionen. Oh mein Gott. Bist du asynchron? Nein! Schon wieder! Wenn die das vom Institut erfahren... Dann schneiden sie ihn raus! Mama! Mama! Zeitlupe, pathetische Monologe. Mit Pantum schreiben, bin ich Klassenmester. Seid ich's voll machen? Let the feelings begin! Hallo, ähm, ich hab hier ein Cameo. Wisst ihr, wo ich da hinten muss? Da hinten rechts. Ah ja, danke. Kein Ding. Bis zum nächsten Mal.